ich bin ja Leute ich bin moderat also passt auf was sie sagt ich klicke sehr leicht kommst du drauf du hast mir doch gezeigt dass du dich nicht kannst Alter die machen uns gerade überträchtig Leute ich sag doch ich will die Musik ist ja mal zum Kotzen Leute also wenn ich mir so ja was für ein Spiel spiel ich jetzt ist gerade ein Spiel sechs Jahren oder im Spiel fünf Jahren ganz ehrlich das ist die Leitermusik vor Ort geht das ist gerade ein Stück Prozent 2 die Musik er hat es auch gelesen würde ich gerne geht nicht nicht bei den Gegnern Profile kommt spiel mit uns ich habe gerade übelste Aggression gegen diesen ähm Dreamset weil er glitscht sein Leben voll du Noob ey jetzt habe ich dich endlich mal du kleine Muschi okay das ist ja braucht sie eine solche Worte Toma wir haben jetzt noch über Eis die Titten tsch 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 oh mein Gott dass er leistet ist die die wo muss ich zu diesem verdammten Raum weichen es wird leute ich komme nicht in den scheiß Raum rein ich wurde wieder rausgekickt mein Netzwerk ist nicht stabil scheiß ich hab's Team an er hat er hat er hat er hat es gibt es gibt es gibt er ist er er hat er hat er hat er hat das ist ein hartzett und die ist leckte übelst wie auch vor allem der Papier zu machen wird dann ja du hast recht Quatsch Kupfer auf einmal mit den Händen das hat mich so ha 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 bp das ist so voll aufregel ich bin erlaubt wenn ihr Geld ich bin erlaubt Merci beaucoup Merci, Merci Ich komm gleich noch mal rein Keine Heartscope, Ernsthaft Meine Fresse Warte nur bis er in mein Schuss fällt, das ist immer so Ach, ich hab schon Heartscope ohne Mist Ähm, ja, der Phantom, der kann nichts dafür, der hat keine Snape Ey, ich würd sagen, komm füllen vor Ey, im Ernst Im Ernst Im Ernst Nein Wenn nicht tot, ok Ja, du von nur auf den Tiefen, dass du liegst auf Dettung bist Dota 2 hab ich Ja, ha, ha Scheiße, so hab ich mir Red Bull in die Nase gekippt Oh, hey, kids! Doch, das Brettmann Oh, scheiße Red Bull in der Nase ist gar nicht gut Ich hab ihn auch noch offen Lukas, du fällst zu viel Ich fälle gar nicht Hehehe Du kriegst ihn durch Du frisst dann nicht zu viel Was meinst du mit Fressen? Killen? Oder geht's erst mit Schokolade essen? Nein, du frisst einfach viel zu viel Kugeln So Er ist ein Bots, Alter Aim-Bot-Bots Dann spiel ich gerade den Bots, oder was? Ja Ja Wollen wir gleich zu ihm kommen? Weil der sagt da jetzt ein guckst im Video nach Mhm Hehehe Wir googeln weiß alles Nö Hi Phantom Das Phantom Das Phantom Ich sag dir nicht, wo wir im K-Room sind Alter Inkinge, Alter Was hattest du jetzt gerade? Aim-Bot oder was ist los? Das was ich töte Das ist in der Fall Wer sich töten Was ist in der Fall? Ich spier doch mal nicht im Skandist Das war Bitscher Das ist Skandist oder Badmänner ich bin schon prüfen weiter ist ein bisschen promotion auf unserem kanal wäre es ja auch ich bin Sandro Pakti steht für das ist richtig wie wird es noch mal ich rede mit denen hingehen wir müssen gerade dann ist alles gut Sachse gerade was da ist wie er war ja eingehen ich bin gerade mit Sandro nimmerling er hat nur noch nicht mehr und das so auch über die Pizzer mein spieler Wunsch was noch einmal anzupacken solltest diese Plätze ja er hat es hat gewusst dass das gehen was zuckt ihr da gerade im Spiel immer noch gar nicht schlafen wirklich mal drinnen um der stelle warte das ist ein Auto du hast es keinen Autounfall was redest du ha deutschland vor allem ja ein Tag nach dem Geburtstag ein Tag nach meinem Geburtstag zu Geburtstag das hat sich ein Auto ja ich weiß ja ich hatte auch einen Tag nach meinem Geburtstag einen Autounfall ich meinte nur du hattest nicht 2011 Geburtstag meinen Autounfall Lukas kannst du dir mal vom TS3 kicken nein danke kann eh bleiben, passt schon Multi-Footer-Boot, du brauchst keine... ich hab langsam das Gefühl dass du Noah bist dass ich was bin Noah Noah du weißt nicht wer Noah ist ich bin auf keinen Fall irgendeiner aus eurem... ja Gewaltigungs... sollte ich grad sagen das letzte Mal ein Krankenhaus willst du nicht das wissen, glaubst du ich kenn dich? ja du sagst es, ich hab 4 Fähigkeiten gehabt ne ich weiß nur dass du ein Autounfall...